Ich muss wieder einkaufen gehen und deswegen gehen wir in den Biomarkt. Mit Einkaufsliste für meine Naturkosmetik-Reihe. Getrocknete Goji-Bären. An die Ladies, dazu machen wir was gegen Tage. Ein Aloe Vera-Blatt. Für Aloe Vera-Gel. Brauchen wir dann super oft. Ähm, ja. Kann mir wer sagen, was das für eine Frucht ist? Mandarine für Mandarinschalen-Tee. Ingwer für Ingwersaft gegen Migräne. Zitrone für ein Drink gegen Kopfschmerzen. Getrocknete Pfefferminzblätter für einen Kaffee-Ersatz. Getrocknete Kamille für ein Tee gegen Angstzustände. Coa-Wach trinkt mein Freund super gern. Nachdem er fünf Kaffee schon getrunken hat. Navendelblüten für ein Tee gegen Spannungsgefühl im Bauch. Schafgarbe werden wir auch super oft einsetzen. Getrocknete Brennässe für eine Rosmarin-Haarspülung. Super geil für fettiges Haar. Neutrale Seife ohne Alm brauchen wir auch sehr oft dann. Knochenbrühe wollte ich schon die ganze Zeit ausprobieren. Apfelessig auch im Drink gegen Kopfschmerzen. Fokusöl unter anderem für Gua Sha, aber auch für viel mehr. Aus Kurkuma machen wir eine Kurkuma-Paste, brauchen wir dann auch super oft. Dazu kommt noch schwarzer gemahlener Pfeffer. Für Baby-Hardes Katzenfutter. Sojamilch auch für einen Kaffeeersatz. Und Mandelmilch für goldene Milch. Na wie teuer war der Einkauf? Willi-Hardes Katzenfutter. Vielen Dank.